ja hi und willkommen mein name ist da die rlp und ich begrüße euch zurück zu final fans die sieben rieber für die lichte so komisch gerade oder will ich mir ein ja wir machen ja weiter mit unserer erkundung der graslandregion so viele sachen sind nicht mehr übrig aber so ein paar sachen sind doch übrig irgendwie sagt hier voll dunkel wir machen noch alle menschen klein ich kann hier im grasland gebiet bevor er weiter ziehen wir haben alle quests abgeschlossen wir haben weil nicht noch ein paar sachen die offen wir müssen hier hin und ja ich wollte mir erst mal hier zu den kampf gehen da fehlen nämlich auch nicht mehr viele glaube ich machen wir die ich glaube ich der einzige kampf der noch fehlt weil ich nicht und ja dann dürften wir heute oder im nächsten part eigentlich schon fällig sein und können dann endlich mal in der story weiterziehen hat er nur so zehn parts also getaucht er passiert aber wenn man so ein open world game hat dann wird man ja relativ schnell gesitetrackt und vor man sich versieht spielt man schon 20 stunden ist man noch im ersten kapitel erst mal muss ich wieder gucken wie ich da hinkomme und ja weiter meine letzten folge mache ich würde mich gerade zu erinnern er war in der letzten folge haben wir ich weiß gar nicht mehr ich weiß wirklich nicht mehr so viele sachen wir sind noch irgendwie dabei hier diese proto materia quest zu machen die will ich heute auch noch machen du hast was gefunden das mal das mal hören wo nein ich bin schon da umgeregt gewesen von frank bank und er sagt wir sind so zufalls generierte sachen die irgendwie nicht so doll sind das ist nicht auf der karte verzeichnet da ist noch materia und da bin mir nicht angezeigt auf der karte meister der gegensteine ruhe sonst jetzt nicht wirklich gegenstände aber gut zu wissen dass ihr habt ne das heißt da gibt es auch noch viele sachen zu erkunden kann man sogar level gegenstandseffizienz im kampf wird sich so viele gegensteine leider ich nehme an wir können dann halt nicht dahin doch dann war ein schokoborufen wenn der dinger schwimmen weil ich ausbringen gemacht habe ich habe das schokoborrennen noch mal gemacht ne also einzig was ich gemacht habe und ich habe den high score geknackt habt ihr alles klar man muss ja mal gucken also ein einziger was ich ausgelegt gemacht habe ich habe den rekord bei dem schokoborrennen hier gebrochen mit einer sekunde war relativ knapp nur gerade so ein paar millisekunden habe hier weniger gehabt aber ich habe es dann haben wir auch erledigt so geht es aus müsste ich mir doch noch ein bisschen umschauen einfach nur um zu gucken ob ich hier nichts übersehen habe da gibt es anscheinend noch orte die nicht auf der karte eingezeichnet sind ja wir haben uns nicht gesehen da kann man euch doch schnell reisepunkte und zwar alles hier freischalten da eigentlich würde ich ja nur hier in zu dem monster was auch immer hier ist steigen wir mal ab wo oder was hier ist kann man da hoch ja so ein ding ist hier zum untersteigen ich könnte so ran so jetzt stützen wir auf den schockern fähig schon kein gegner die sind cool aus donna wolf ihr seid gegen nix war ja schon geschossen stück nein da ist ja auch ein bisschen wir hätten mal ein bisschen mehr bekämpfen müssen er versucht im auszureichen geht aber nicht irgendwelche andere fähigkeiten sondern der wälder ja bringt ja nichts naja fast noch ein gegner schocker ich habe ich gar nicht nur ein habe ich den nicht weil ich habe denn ich habe schockiert dass wir auch anderes noch mehr simulation nicht wahrscheinlich aber bald die kämpfe müssen wir irgendwann mal wiederholen schockanfällig ja ich habe eine schwäche der war nichts gegen nichts schwach dabei die sache analysiert aber da war ja nichts schwach ich wollte da irgendwie magie oder so einsetzen aber ging nicht also weil ich anders überlegen was hier natürlich aus ein lager von alten republik mir so bestimmt den gewahrten auf möchte auch getan wo er um kann man laufen oder das könnte man sogar hoch wahrscheinlich nicht da liegt was mittlerweile weiß ich muss mich ein bisschen umschauen um nicht notierte gebiet hier zu finden okay und hier schon freigeschalt haben zwei stück so dann gehen wir mal hier hin weil da wartet nein ich laufe nicht einfach von unseren schokobo abgestiegen damit wir hier hin laufen können wir noch mal hier die mission ich glaube alles hier mit der proto materia mit den mit bernd mit hier haben wir die alle hießen der billy bernd schröder aber ich sehe links natürlich auch majora ich sage ich habe ein bisschen näher da entdeckung gemacht felsforschung 2 dabei mit der quest zu tun ja die die bescheiden sich ein lager errichtet zu haben zumindest kochen sie gerade etwas ich weiß bisher hin riechen ich habe nicht unbemerkt daran ich mache es mir meine charaktere einfach abhauen so alles gerade muss da selber durch oder sonst eher schon wirst du mich von ihr aus man muss ich mich durchschleichen leute überhaupt nicht auffällig leute wenn ich im schutz der container alles war ja ich mir schon mal sehr viele ich musste es tun für den schatz ich trage schließlich die schwerste was trägt du denn damit schatz natürlich und die verantwortung als ich kohle meint ihr wir sind hier sicher vor diesem alles nehmals ich mag mein fleischblut wir warten einfach hier bis dieser alles kann er uns vergessen hat ich habe so einen hunger vorhanden bis sich die fall es muss verdammt noch mal gut durch sein und da war durch aber schon etwas verbrannt oder ich weiß schon was ich tue da habe ich nur noch zweimal gesehen werden warum sind dazu punkte warum kollege das ist ein bisschen unangenehm nein ich wollte gar nicht dahin rollen ich wollte eigentlich nach links rollmann können sie sind euch entwischt nicht wahr mit etwas glück glaubt sie der hunger zurück ihr könntet versuchen euch zu verstecken oder für eine weile zurückzuziehen man soll man noch mal machen mit drei kannst du es noch mal versuchen natürlich dass wir jetzt wieder gucken was es hier noch so gibt da gibt es mir noch kann ich ja dann machen wir noch machen wenn ich vorbeikommen sollen auch da kann ich mich doch nicht hin stellen weil dann sieht der eine mich doch der typ der tut sich ja ich muss irgendwie ja man kann ja so steine werfen oder so ne der typ wird ja nicht um der typ wird ja nicht um nein noch nicht ja ich weiß dass du da ich weiß dass du da ich habe noch gesagt naja naja irgendwie klappt wie soll man denn den typen vorbeikommen da habt ihr noch nie gegessen wir haben uns alle da reingeschlichen alles klar ich sehe euch ich sehe euch warum sollen wir uns denn hier anschleichen warum mussten wir jetzt anschleichen wenn man sowieso mit den kloppen ich weiß nicht ich weiß nicht ja 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 ich sehe es an deine augen das gute stück scheint ja wirklich ein kleines teils am glänzen also regressiv cloud in diese spiel ich habe keine zeit für spielchen ich habe keine zeit für spielchen regressiv cloud in diese spiel auch ja 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 und hat sich satt gegessen ist jetzt stärker worden wir sehen als opfer lam das ist ja los mann ist das alles ist das alles ist das alles nadelkurs doch ich will auch noch mal analysiert warum nicht aber wenn ich vor mir eine analyse ja voll hochgeladen ja steckt kommen herr stück kommen herrschen ich bin ein gebet heraus ich kriege neben ein gebet raus schließlich uns an warum lassen wir ja immer mit denen durchgehen können das doch besser was du eigentlich aber klaut warum lässt du die anderen bekommen ich meine du war schon die ganze zeit bei denen warum sind die immer pflichten was die fabrik aus republik zeiten da waren wir doch vorhin war ok ich war einfach folgen wie noch mal eine davor einen sprung gemacht hier war ja nichts meine ich kann darauf klettern was kann hier drauf klettern materia sieht man ja immer nennen wir tun ja immer so ein strahl irgendwie in die luft machen ja warte mal ganz wichtig sein zu operieren trägt wir haben total stein wir werden laufen okay dann machen wir weiter mit denen sie gerne mich hier irgendwie von denen die man die musik von dem blut und mir aus dann macht ihr einen paus mal auch nicht mehr jetzt lasst das ding schon endlich rüber wachsen cloud zehn nur ein fein über wer hat den ich sie erst geht es also ja ich habe das gefühl werde es einfach nicht kapieren leute ja die gleichen gegner ja noch bei die sich doch anders aus habe ich gerade schock der stich ja ich weiß was macht ihr eigentlich auf der anderen seite sei es klar und alles klar ja 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 okay hier könnte er groß sind eines schokowurst helfen macht ja ich war nicht spieler mein gott lasst mich mal gucken was hier nur so gibt aber ich hab's doch ich habe gerade gesehen im belaufen ist was ich habe da gerade was gesehen gerade wieder wie selbst er ja sagt er rufen schoko wo man mussten wir jetzt mich gefällt nicht so ich habe doch also ich sage dann hier aus dem folgen als klar neuer weg also ich ganz ruhig mit schlüssel gegessen wenn ich die ganze zeit hier entkommen lassen naja angeblich teil von clouds plant ist vor gerade dazu erfunden unsere reise wird uns diesmal hier in da waren wir noch gar nicht kommen dahin ist das denn ja okay müssen wir hier rein sonst teilen so heißt mir noch den eingang hier finden volkstanz meiner leute habe ich eigentlich hier schon als erkundeten kam außerhalb mal sind auch banditen ich glaube ich hatte ja in der stadt irgendwo rumhocken hier irgendwo da war noch nichts oder jetzt mal hier war war nichts jetzt ist hier was was war ein twist die tür habe ich gar nicht gefunden anscheinend und jetzt mal schon gefahren war die ja mit schlüssel meinten sagen wir jetzt endlich mal den einen typen auf zum maul geben damit wir hier auch mal fertig sind überhaupt nicht auffällig dabei wir haben ihr eigenes sommer reischen eingerichtet jemand hat da gecheckt ehrlich ich will da hoch da kann man bestimmt hoch gegner ich habe schon tausend mal bekämpft ich muss euch nicht nur mal bekämpfen da kann ich nicht hin ich dachte da kann man ihn warte mal vielleicht kann man einen mal hier nachkommen das könnte man da hin nein kommen das könnte man dann laufen kommen wir hier ja die haben wir extra hier so ein rohr dahin gemacht war verwehrführend das ist der unterschlupf ein altes lagerhaus das früher mal gehörte gut möglich dass sie es mit fallen gespickt haben das ist der alten republik zu stellen daher kann man drauf und sich hier hoch ich glaube ich muss ja sogar hoch wir machen wir sagen nicht direkt zum eingang oder so ne er ist nichts aber ich denke diesen geheimen weg gefunden und er ist ja nicht mal richtig das ist falsch hätte gedacht dass der falsche weg falsch ist denke ich eben da rein so warum liegen die am boden und den alles können er in die irre zerführen natürlich okay ich glaube ich zieh gleich wieder ab so schlau das ist der geniale fahrer und schon mal das leben brennete operation hause hm 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 ich war da geschnarche red pink lauf ein von den auf ich soll ich sage ich soll mir ich war einfallen lassen man sollte machen ich habe ex band auf ja 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 ich würde sagen dass es irgendwie mehr so in character es gibt nicht zu besprechen seid ruhiger fist of the north star minions ich wusste hat den kopf zum leben ich wusste irgendwas ist mit dem dinge ja da wem von euch habe ich jetzt noch nicht analysiert jetzt die frage so dem weg habe ich noch nicht wirksam feuer jetzt waren die elementaren schwächen es ging es aus um ihn zu schocken aber oh mein gott ich kann alle gegner treffen oder auch nicht cloud naja sollte ich erst mal ein paar vielleicht dauert auch weiter noch mein gott wir sind jetzt schon wieder passiert aber die schwierigkeit vor diesem spiel da warum bist du so stark also ich muss erst mal sie wiederbeleben und dann direkt rein der dicke ist noch am leben man noch mal gott der typ macht so viel schaden marie mal fertig die schwierigkeit hat immer so schnell nach oben geht da kommen wir ja gut gemacht ein moment geht noch alles hier auf voll locker näher und dann man ja ein voll fällig natürlich bei elektronik im weg sagen ich habe natürlich mit bald aber er acht dagegen den ein war feuer effektiv man machen wir bitte blitz auf weil ich eine habe morgen ich mache dann an kaputt das wird so nicht man er ist so machen wir blitz auf ich glaube der ist schon kaputt bevor ich in seine arm kaputt kina da war wien war das das war war das war was war dann geht mir das ding ja vielleicht hast du den zack aber wir sind nach den kaufen ich muss das sogar machen ja meinetwegen für ein neuer fangen jetzt was zieht euch angedellte freunde sklaven familie mit klinge freunde seine quest mit der ich mich irgendwie ja befassen kann das ganze spiel der grotter für becks firma neue leute ja wir haben das ding 12345 sachen noch viel mehr dabei namens schiene damals ist das mitarbeiter der beck gmbh und k.o.k.g ich sehe alles in der galaxie ist das gut das wäre wenn ich denke was das ist das gilgamesch gefällt mir das gilgamesch ob er auch im kampf bestehen kann ok cool das heißt battle on the big bridge wird abgespielt in dem spiel oder ist der beschwörung kann auch sein wir müssen wahrscheinlich gegen den kämpfen das battle of the big bridge wird wieder abgespielt den ende werde denn denn den denn denn von geil freu mich schon ich habe vorhin eine leichte interferenz festgestellt gesichert kann ich noch nichts dazu sagen aber möglicherweise suchen auch andere nach protosubstanzen warum das das versuche ich herauszufinden ich dachte erst wir kriegen wie so einen kleinen teaser war ja keine ahnung mal über juffi oder so nämlich so war das ist ein charakter der irgendwann mal kommen werden weil ich hatte ja so japanische kulisse gesehen haben dann wo teile gedachten ihr gebiet die stadt das dorf was auch immer aus dem juffi kommt so jetzt haben wir eigentlich schon alles in den bekannten gebieten ja gefunden und gemacht und getan und sohn dass wir können endlich mal in den summen freiheit cool hier den kampf könnten wir vielleicht noch machen ich muss aber zur chocobo fahren außerdem ist da doch alles so grau in der mitte dass man da noch hingehen aber ich muss erst mal hier mich erholen wenn ich gelevelt bin nur so ich glaube nicht aber ja das ist wie soll man erklären als auch ein bekannter charakter in der feine fans die serie der welt hat 2800 hp er kommt in einigen feine fans die teilen vor ich doch erst mal kann der feine fans die fünf vorne jetzt meistens ein gegner manchmal ist ja auch eine beschwörung in vielen spielen ist ja auch ein boss in feine fans die zwölf war der im boss in fein fans die 13 mal glaube ich ein dlc boss oder 13 2 feine fans die acht war denn der beschwörung irgendwie kanal irgendwie odin ersetzt irgendwie der war irgendwie so ein one shot kill beschwörung odin konnte halt irgendwie ja hin und wieder mal so zufällig auftauchen im fein fans die acht nachdem man ihn freigeschaltet hat und hat dann alle gegner mit einem schlag erledigt also wirklich alle außer bosse irgendwann kann man so ein boss kampf wo der versucht hat den zu erledigen und der boss hat den halt erledigt und danach wurde durch gilgamesch ersetzt und ja danach war gilgamesch eine beschwörung also ja dabei in den meisten fällen ist der boss der man im laufe der spätung und man kämpfen kann und der was sagt da oben und ja gilgamesch ein super geiles kampf thema battle on the big bridge schnell ich kann das feine fans die 15 geilsten lieder überhaupt und feine fans wie wir es in den spiel er sich anhören wird ja ich frage ich glaube ein paar fans die 13 2 oder 12 und eins von denen wartet sind richtig als die hatschen ton gehabt was ich nehme mal an gilgamesch irgendwie sein soll der soll irgendwie so naht samurai sein der hat immer der meistens immer mehrere arme und mehrere waffen im fall wenn sie 12 war das cool weil irgendwie der hat irgendwie mehrere phasen jedes mal wenn man eine phase runter gedrückt hat dann hat er ein weiteres schwert von irgendwie einen anderen teil rausgezogen irgendwie er hat irgendwie so ein paar hp runtergehauen auf einmal hatte der panzers schwert von cloud gezogen oder eine gun blade von scroll irgendwann also waffen die so anspielungen andere feine fans die charakterwaffen waren so hey hier ist ein espos schreien es war schreien heißen die so da sind wir auch mal wieder ein gebet wo wir halt noch nicht mein gott wo man ja noch nicht als erkundet haben ich habe den gockel aus den augen verloren also ja schon da ich habe schon titan zweimal runter gedrückt das heißt wenn man den noch einmal runter gedrückt kriegen dann können wir ihn ja noch mal versuchen leute ich mal raten dann kann man irgendwie auf den nächsten folgen hier mit dem neuen gebiet hier so ein ding ist ja da kann man es war ich nicht im nächsten part hier schon so irgendwie auf das nächste gebiet hier konzentrieren wo ich sagen weiß was ich glaube da machen wir auch machen wir jetzt das hier noch ne so hier kriegen wir wieder informationen bonk 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 schön da anderen schädler über vier sachen fehlen noch mit remehen im wandel ok das letzte gebiet hat für jahr in den bergen von juni und die gastlande von einer trend und 13 mithril erz angebaut wer vorstellen kann man von der republik im krieg gegen die republik so oft wie ich hier republik in dem spiel auf einmal warum sehe ich ja nichts mehr verkauft aber ich bin gar nicht hier offen offen richten wegen weg sehe ich gerade da war ja und jetzt doch voll runtergerollt sondern noch ein paar via mission aber wie auch immer die heißen machen im park hier weiß ich nicht ob ich stark genug geworden bin oder so ne aber so hier war ich auch schon mal bevor ich hier die karte und so aufgedeckt hatte was ich glaube da machen wir jetzt auch wir gehen jetzt mal zu chat lane machen ein paar kampf missionen so als abschluss und dann haben wir halt hier alles erledigt in dem gebiet und dann können wir dann zum nächsten gebiet ne level 19 da hat er gesehen wie schwert spiel manchmal sein kann wenn man nicht hinguckt ne einen moment denkt ja ich bin voll über level und voll stark und dann kommen wir aber weg und seine knaben und habe mich bei der umsache na gut dann machen wir noch ein paar kampf missionen naja und in der nächsten folge machen wir dann offiziell so weiter in der in der story würde ich sagen so seine seine ordnung an sonne ich habe gehört die ladeneröffnung der währung der währung der mogris den mogri medaillen und ein zauber innen der die menschen glücklich stimmt wenn du ja man sieht es klaut richtig an könnte dass die ganze welt mit lachen und freude aber klaut hat ja auch irgendwie herzten gesehen so ein paar kämpfe können wir ja noch machen wenn man der letzte schreien von titan ist dann irgendwie nicht doch weiter doch tiefer rein aufstand im grünen vorjahr dank oder toxi ratte das sind jetzt nicht die die ich letztens versucht hatte oder lahm oh hey da fehlt dann irgendwo einer das ist aber die es war versuchen da war soweit noch mal versuchen wir mal wenn wir so ein cloud versuchen barrett und wir suchen er ist ich schaffe mal zu kommen ja jetzt sieht ein bisschen angenehm aus stein garo mein gott ja wir sind nicht mit ein zwei schlägen kaputt das ist schon mal gut ja ich muss mal gucken bis zugegeben was schwach gegen wenden ja problem ist halt nicht so ich muss erst mal mit ihr der magiekreis einsetzen aber problem ist so weit ich mal zu ihr wechsel zum beispiel ihr wechsel geht er immer direkt auf sie los so jetzt kommen wir ja so ja ich wollte schon sagen wir drei euro da boh 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 ich werde gerne noch mal machen wenn es geht an noch ein god wegen des erdreichs nein bitte nicht ein gott ist doch mal gut ich habe mich immer wieder zurück pforten als klar aber es ist anders was ich angreifen muss anscheinend naja ich muss mal hier heilen so dass ich mal kurz gucken wegen des r3 und hat kaputt da haben wir jetzt gericht ja dann kriegen wir diesmal dann gehen wir gleich geschockt mit den zweiten euro getroffen so muss das erfolgs erlebnis wir haben jetzt titan cool du gehörst jetzt mir die frage ist jetzt wo ich ihm freigeschaltet haben muss ich irgendwie die geschwächte version oder die volle version von ihm ich muss die scheine aktivieren damit der hochgelevelt wird genau so legen der wie ich erwartet hatte dieser mächtige gigant wird euch auf eurer reise bestimmt habe ich gemerkt meine anderen es war die sind alle level 1 wir können wir nicht leveln so wie ich das gesehen habe weiß nie was auf einer reise so cool war hier schon geboren und titans level drei von vier also nehme ich meine wenn ich jetzt hier seine schreine alle viele felsenwurf gelernt kann durch kristallanalyse bis auf die können gar nicht verbessert werden nein das ist auch vollam ja ich würde sagen barrett kriegt den hätte mir noch kein ich will ja so wert denn als er ist efred und cloud wohl tiefer werden würde eigentlich auch so passende so vom draufhauen und so eine überlegt hat man könnte ja noch kommen rahmen und können vielleicht irgendwann kommende diese abwehr obwohl physische abwehr ich baue jetzt ich baue ja eigentlich hier so bau und sitzen wo sie zu wort aber ich versuche die karakter so ein bisschen irgendwie so zu bauen jetzt mal mit analyse aus fünf punkte auch ganz danke dann kann ich alle gegner analysieren das ist doch viel besser passieren kann sei also vorsichtig so du wirst doch wohl nicht unseren kampf simulator vergessen haben aus den daten der ungeheuer die du bezwungen hast konnte ich eine neue simulation erstellen was du mich eigentlich immer darauf anspricht hier war wenn ich mit dem reden sagt er immer so hammer aber weißt du auch dass hier noch so ein ding ist telekom kampf simulator gibt es irgendeinen grund ihnen jetzt noch auf volle stärke oder so zu bekämpfen und das hat einfach nur so weil nicht ich nehme an der level mit mir hoch oder so eine aufstand im grün ich glaube das haben wir mal versucht er schlag ja genau dann kann ich mich da erinnern bioanalyse blendendes licht 15 von 16 gegner fast erledigt so diesmal nehmen war immer red und er ist aber ich glaube da sind diese elefanten da bin ich letztens irgendwie drauf gegangen da kommen schaffen war analyse wird hochgelebt und der 1 von drei noch mal ich glaube ich schon alle analysieren naja ich kann ein paar tp ansetzen hat ja noch einen anderen erreichen ich werde ja immer ein bisschen geheilt die bürger hat das nach dem leben was endlich machen da wären ja mal geil so heilen und jemand feines analyse hat auch hochgelevelt fünf punkte naja ich war schon mal diakon denn 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 der schlag wäre natürlich nicht schlecht ne sagt man ja voll geil fast jedes mal wenn ich noch hinten naja jetzt kommt natürlich der große kampf so jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen neuer schluck nein ich ja ich will erst mal auf die ratten nein ich bin aber ich habe ich habe es eigentlich immer hier seine rechte haltung hier fertig zu machen wenn ich mal nicht schien gucken warum können was er los meier stücke war ja gott cloud weiter los mitra bitte er ist auch irgendetwas irgendwie irgendwas auf wollen wir nicht ja magiekreis er ist dann übernimmt hat b müssen sich viel schneller aufladen was so warum ist diese ratte immer noch neben so irgendjemand jetzt das recht aber ich bin bereit ich habe das eine gute ich bin jetzt aus der ferne angreifen ich ganz vergessen auf mich wer da kommt jetzt auf mich das geht nicht auf die ich zähle auf mein auftritt war auch immer ja feuer so muss schon ganz fähig man wirst ich ich glaube ich glaube ich weiß einfach irgendwie viel einfacher zu blocken deswegen ist die rechthaltung noch voll mit einer magie kreis weiß nicht ob er zählt ja die blöden hatten die ganze zeit immer vergiftet ne da ist ja passiert okay einmal geschafft das war abzusehen bei diesem blöden gifte deswegen mal cloud hier ganz halt fast immer tot war ja er schlag cool das ist eine gute fähigkeit und gehen wir ein bisschen atb am anfang so manchmal bevor wir hier eingehen gehen wir die mal jemanden es gibt so wir kriegten hat niemand klaut damit er halt schon gerne damit halt von anfang an schon analysieren kann ich komme irgendwie nicht dazu mit dem feuer einzusetzen ne ja also machen wir erschlag ne ein bisschen halt öl statt ne kann ich jemanden anderen feuer geben habe gerade nicht so sachen vielleicht besser klamotten geben ich baue auf deine unterstützung es sind mittlerweile viele neue daten zusammengekommen was hältst du davon deine materia weiterzuentwickeln du musst mich nicht immer auf alles hier ich bin schon mal aufpassen ok das schon auch für alles klar so richter der erde aber ich habe mir gerade besiegt aber so man hat wein und wölfe so weit haben wir eigentlich gefallen ja machen wir die beiden wieder ich tue ja alle gleich level von daher macht das ja nichts irgendwie benutze ich tiefer nicht so auch da ich sage ich habe alle analysieren mein einsatz mein einsatz ja 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 einfach jetzt in dem stich wem denn jupi die jetzt sehe ich eigentlich immer noch in den kampf zumalte reingegangen das beide jahre 15 waren ja wir uns zonen aber der ist sowas von tod ich bin vor einer luft ich gehe vor allem die luftmann vielleicht gewinnt elementar hier unser angriff klingt sturm ja schiffe 22 blub 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 so jemand kämpfe jetzt gegen zwei bosse wieder ne wir haben letztes mal hier da geht man kontroll die ganze an und aus die lichter gehen immer an und auf 103 aber da ist die daten ich nehme an die sind schwach gegen aber ich habe jetzt kein feuer mehr denn ne also was war ein bisschen außer im da er ist wenn wir einen magiekreis erst mal platzieren naja ich habe denn hier wo also mal wieder red gefällt diese strategie und ich nehme jetzt mal sehr stark an sind schwach gegen feuer ne war vorher gegen ihn ja ein mal der schon fast tot das ist noch er übrig ausgezeichnet ja ja sagen wir mal wieder rein in das spiel aber so vielleicht gegen feuer ja 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 okay da ging relativ flott und so wie ich mir ab wie ich mir vorgestellt habe ausgezeichnet jetzt nochmal ausdauer bekommen ich weiß nicht mehr was das ist da werde ich auch gleich sehen so ein ding fehlt uns ja noch und das ding fehlt uns auch noch aber wir sind ja auch nicht für fertig mit dem gesamten gebiet ich registriere ein gefühl der überlegenheit in dir ich wünsche dir ja ja so wir haben keine haben wir haben hp verloren wir werden aufgelöst und gerade ne apropos level ne zehn punkte aber wir hatten nochmal sind koaktionen oder sind die fertigkeiten sind die sachen die ich einsetzen muss ne sind koaktionen sind diese sachen im kampf die meinen dings auffüllen ne da kann ich ja machen dass wir jetzt mal das hier passives zeug zuerst mal ne so alle anderen können noch nicht ich bei mal zehn punkte jetzt so schön alles klar haben wir heute wieder viel erreicht haben fast alles erledigt hier beim nächsten mal können wir endlich mal den sumpf überqueren dann sehen wir vielleicht mal mieter soll oder wie auch immer die ziel ist ne mieter so long ist hat im original hier ist damit georben gab es ja noch irgendwas zu erledigen ich glaube nicht und er sieht irgendwie so aus könnte hier noch irgendwo hat sein aber jetzt bestimmt noch einige versteckte sachen ausdauer 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 ist muss es ausdauer wird die vitalität der effekt kann mehrere alles klar einfach nur verteidigung aber eigentlich die schlechten für irgendjemanden vielleicht für muss ja jetzt hier schon wieder tp boost ja manchmal bekommen die einfach irgendwelche ich werde eigentlich auf red drauf packen aber damit das ding schon mal gelevelt wird geben wir das mal barrett solange die sehr komisch unserem fernkämpfer ja so tanki zu machen aber zwar machen beim nächsten mal gehen wir mal endlich weiter und turnier erkunden gehen was hier so noch als deutsche sprache gehen wir weiter erkunden gucken mal was mit dem sumpfgebiet auf sich hat und auch die letzten paar sachen mehr erkunden wahrscheinlich ne und ja ich nehme an wir kommen dann irgendwann mal so eine meldung oder irgendwie so hat sogar möchte du in das nächste gebiet oder irgendwie so hat keine ahnung damit wir nicht hier weg gehen bevor wir nicht alles erledigt haben hier sieht so aus als sie alles gut ne denn 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 dem skr wurde geortet suche sehe ich habe doch alles hier anscheinend nicht so er sollte wir den hätten wir viel früher finden müssen schon aber okay wahrscheinlich das ding ja ja gut dann gehen wir nächstes mal hier hin und ja dann sage ich danke schön für die zuschauen ich hoffe ich habe diese folge gefallen wenn ihr einen lasst doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder hat schau sagt tschüss bei red ach leck mich doch alle arm